Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kosebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Und heute stellen wir uns die Frage ab, wann kann ein Künstler eigentlich freisprechen und was kostet es? Und darüber spreche ich heute mit Juan Daniel. Danke, dass wir uns hier treffen. Wir sitzen in Offenbach. Richtig, wir sind hier in Offenbach. Wir sitzen in Offenbach am Bahnhof. Interessantes Umfeld, sage ich mal so. Wobei es ist Sonntag, es ist eigentlich ganz entspannt. Ich möchte dich erst mal vorstellen, weil ich glaube, viele Leute werden dich vielleicht gar nicht so auf Anhieb kennen. Und warum reden wir jetzt darüber und so weiter und so fort. Juan Daniel, du bist Musiker. Es ist auch dein echter Name. Du hast spanische Eltern, also das ist kein Künstlername. Kleine Korrektur. Ich heiße Daniel Sanchez González, aber mein Künstlername ist Juan Daniel. Okay, alles klar. Ein bisschen Künstler ist drin. Ein bisschen Künstler ist drin, aber deine Eltern sind Spanier. Ja, genau. Du bist in Deutschland groß geworden. Du hast Automobilfachmann gelernt. Automobilkaufmann. Automobilkaufmann. Jetzt fährst du gerne einen Tesla. Ich habe mir hier geschrieben, du hast deine Zunft quasi verraten. Du verdienst Geld mit Musik seit 2007. Genau, richtig. Das ist schon eine lange Zeit. Das heißt, du kennst dich aus in diesem Milieu, bist erfolgreicher Entertainer und bist in dem Finanzkrise-Duo aufgetreten. Wir erinnern uns alle 2007 an die Zeit zurück. Du kommst aus Offenbach, also hier in dieser Gegend. Da war ja wirklich Krise. Und du trittst auch immer noch auf in diesem Duo. Ja, richtig. Also du hast eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Meine Eltern sind aus Spanien, auch sogar Urgroßeltern, Ur-Urgroßeltern. Ich glaube, bis zu vier Generationen habe ich das mal so nachrecherchiert. Alles spanisch. Ich bin sozusagen die erste Generation in Deutschland geboren, aber nur einen spanischen Pass. Warum? Frag mich nicht. Ist halt so. Ja, also Musik seit 2007, aber hauptberuflich seit 2015, dass ich das nur mache. Dazwischen habe ich viele Etappen gehabt, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Automobilkaufmann, Marketing studiert, für Red Bull gearbeitet, für GoPro gearbeitet und dann irgendwann mal verstanden, man ist als Angestellter nur eine Zahl oder so, wie die schnell ersetzbar ist und in meinem eigenen Ding nicht. Und dementsprechend, ich war schon immer jemand, der sehr gerne frei ist und flexibel ist und das habe ich in der Selbstständigkeit dann gefunden. Also dann seit 2015 machst du dann dieses Finanzkrise-Duo Vollzeit oder hast du noch andere Sachen gemacht? Ja, also es ist schon mein Haupteinkommen gewesen seit 2015. Das FK-Duo, so wurde es umbenannt. Einige Firmen fanden es nicht so cool, dass man als Finanzkrise-Duo kommt. Wir hatten das Motto immer, trotz Krisenzeiten, so bei Stimmung, das war ja so der Augenzwink. Aber ja, das war das Haupteinkommen. Ich habe halt immer sehr schlau auch schon mich mit Finanzen beschäftigt und Investments und alternative Medien zu mir konsumiert, um gewisse Deltas aufzubauen, also mehr Wissen zu haben als andere, um dann den größeren Hebel zu haben. Ob das jetzt zum Beispiel ein Investment in Tesla war 2015. Ah wow, das ist nicht schlecht. Oder Bitcoin, also ich habe sowas sehr früh verstanden. Der interessante Punkt ist ja, und das würde ich auch jetzt gerne hier nochmal erwähnen, warum wir überhaupt in Kontakt gekommen sind. Und zwar, ich habe mal nachgeschaut, das war 2020, hattest du mir auf Instagram geschrieben. Und da hast du gesagt, ja, cooles Programm. Damals war ich ja noch beim fehlenden Part. Und dann habe ich gesagt, ja cool, habe mir auch mal angeguckt, was du so machst. Und fand es halt interessant, dass jemand, der Musik macht, auch erfolgreich Musik macht, wir sprechen da noch ein bisschen darüber, sich sowas anguckt. Weil irgendwie, ich habe immer so die Idee, ach Künstler im Allgemeinen, vor allem dann Leute, die halt so eher so Popmusik machen, das interessiert die gar nicht. Und dann habe ich so gemeint, ja, machen wir mal ein Interview oder sowas. Und dann war so, ja, ich kann jetzt noch nicht. Und das ist ja auch so ein bisschen, über was wir heute sprechen wollen. Weil damals ging es nicht, jetzt geht es. Und was hat sich da verändert? Aber bevor wir da hinkommen, würde ich gerne nochmal erzählen, was du für Musik machst. Und zwar so Latin Pop habe ich das bezeichnet, so Feel Good Strandmusik. Also es macht schon gute Laune. Ja, es geht darum, die Welt ein Stückchen glücklicher zu machen, heller. Also die Mission ist so, Licht in die Welt zu bringen. Das ist bei mir so, schon lange, seitdem ich klein bin, so manifestiert. Ich hatte mal so eine Begegnung, ich sage es mit Gott. Klingt ein bisschen hukuspokus, aber für mich ist das so gewesen. Und dass ich diese Mission bekommen habe, bringen Freude und Licht in die Welt. Und das möchte ich mit positiver Musik machen. Und da kommen wir ja nachher auf den Spagat, den wir hier ja versuchen zu bekommen. Warum es dann so für mich nicht einfach war, für jemand der Positivität. Rausbringen will, dass dann 2020 halt das C-Thema die Welt kam. Genau. 2020 kam dann, du hattest ja, also wie gesagt, ab 2015 hast du mit dem FK-Duo hauptsächlich Musik gemacht. Und dann kam 2020 und dann konntet ihr natürlich nicht mehr auftreten. Richtig. Ja, weil Auftrittsverbote wurde das so bezeichnet. Naja, auf jeden Fall haben keine Veranstaltungen mehr stattgefunden. Und das hat natürlich für Künstler, für Bühnenmenschen allgemein, alle, die da gearbeitet haben, war das ja ein wahnsinniger Einschnitt. Das war nicht Wahnsinn, das war krankhaft. Also es war wirklich so heftig, dass es von einem auf den anderen Tag, ich hatte es aber schon so ein Gespür, weil wir damals in Berlin auf einer Kulturmesse, ich habe den Namen jetzt vergessen, hatte ich es riesengroß. Kenn ich nicht. Agrikultur, also das ist so. Ah, okay. Wie heißt das, kennst du? Nee, also dort findet so viel statt. Ja, ja, voll, aber da fing es so an, auf Twitter gesehen habe, China und so, und da habe ich schon ein bisschen so irgendwie, ich habe eine ganz gute Intuition, finde ich, immer was so passiert, energetisch. Und da war es schon so ein Feeling, dass ich dann bewusst im Februar schon die meisten Gigs mir 50% Anzahlung zahlen lassen habe, weil ich so ein Gefühl hatte, da kommt was auf uns zu und konnte dann Gott sei Dank einiges sozusagen damit auffangen. Aber es war wirklich so, Jasmin, es war direkt, und da gab es auch keine Kompromisse oder irgendwie Verständnis. Es war einfach nur so, findet nicht statt. Und dann höhere Gewalt. Und dann, ja, ist halt egal, müsst ihr halt gucken, wo ihr bleibt. Und das sind teilweise Kunden, mit denen du lange, viele Jahre schon gearbeitet hast. Ja klar, die konnten aber nichts machen, ne? Genau, voll. Aber ich meine, das sind teilweise, also um es zu erklären, vor Corona, Corona darf man den Begriff benutzen? Ja, natürlich, ja, selbstverständlich. Davor durfte man ihn ja teilweise nicht benutzen, das ist ja bei YouTube, ne? Ja, da gab es sowas wie Shadowband und so. Es gab viele Probleme in Zeiten von der Corona-Krise und was man gesagt hat, aber aktuell ist es kein Problem, darüber zu sprechen. Okay, cool. Auf alle Fälle hatten wir über 800 Anfragen pro Jahr. Also so viele Tage gibt es halt nicht mal, ne? Das heißt, wir haben auch viel vermittelt an andere Bands. Es war richtig ein Boom, ne, was wir da hatten, unser FK-Duo. Und auf einmal war das einfach so komplett weg. Und dann ging die Thematik los, wo du mit Leuten Gespräche hattest. Ja, wie sieht's aus? Wir können gern die Hälfte anzahlen und dann machen wir das, wenn nächstes Jahr alles rum ist, weil man hat ja nicht gewusst, wie lange das sich zieht. Und da sind viele gewesen, die gar kein Verständnis dafür hatten. Und die Hauptargumentation von den meisten war, ihr kriegt doch 9000 Euro vom Staat. Das, da hätte ich jetzt gerne nachgefragt. Das war die beste Aussage. Ihr habt ja Geld gekriegt vom Staat. Ja, aber nicht nur, weil, es hieß ja bis 9000 Euro. Nicht 9000 Euro. Aber die Leute haben nur natürlich die Bildüberschrift. Künstler, bla, kriegen geholfen mit 9000 Euro. Aber da zählt es dann, du musst es nachweisen, was deine Kosten so da sind. Aber für die meisten Künstler ist deren sozusagen Eigentumswohnung oder Mietwohnung auch deren Proberaum, wo sie privat, oder ihr Office, wo sie ihr Backoffice machen, ne. Das heißt, oder das Auto ist privat und geschäftlich. Das heißt, das konntest du alles nicht mit reinnehmen. Dass du am Ende vielleicht auf 4000 kamst für, waren das nochmals drei oder sechs Monate? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, sechs Monate waren das. Ja. Eins, fünf war das im Schnitt maximal pro Monat. Und dann gab es dann irgendwie 600 Euro. Obwohl die Fixkosten bei zweieinhalb bis drei waren. Und alle, alle Einnahmen, die jetzt aus den Veranstaltungen reingekommen sind, die sind weggefallen zu dem Zeitpunkt. Komplett. Außer die, es gab ein paar, wo ich echt auch sehr, sehr dankbar bin und wirklich mit Herzen mich bedankt habe, die das verstanden haben, die uns lange kannten, gesagt haben, ey, wir zahlen das an und wir gucken mal nächstes Jahr, ob das funktioniert und wie wir das irgendwie lösen können. Und dann das Jahr ging es wieder nicht und dann waren die so offen und haben gesagt, ey, komm, dann warten wir nochmal, dann behaltet ihr einfach nochmal die Hälfte der Hälfte und dann nehmen wir nur 25 Prozent als Anzahlung. Teilweise haben Leute gesagt, komm, behalt es einfach. Wir wollen nicht unterstützen in dieser Zeit. Weißt du? Also es war schon... Aber das war dann der Goodwill quasi dieser Firmen oder wer auch immer euch gebucht hat. Genau, richtig. Aber hauptsächlich war es eigentlich nur Diskussion. Nur ein Telefon. Die ganze Zeit. Was ist denn jetzt dann schlussendlich? Also ich meine, diese Krise, diese Gesundheitskrise, wie auch immer man sie nennen mag, die ging ja über drei Jahre im Endeffekt. Gut, Veranstaltungen konnten ja dann stellenweise wieder stattfinden. Hat man das geschafft, dass man dann gesagt hat, ah, okay, da ist ein Zeitfenster da, werden wir das dann machen? Ja, aber die Auflagen waren so extrem. Also ob das dann 3G, dann 2G war und dann schickt uns eure Impfausweise in Kopie an unseren Corona-Beauftragten. Da gab es ja auf einmal einen neuen Job. Fast in jeder Firma gab es einen Corona-Beauftragten, der sich nur um diese Thematik gekümmert hat. Ja, wurde gemacht, aber es war halt so komplex für die Leute und so viel mehr kosten, dass viele das dann gar nicht gemacht haben. Das war dann sozusagen eine Art Barriere, die eingebracht worden ist, die viele sozusagen nicht wahrnehmen konnten. Also wenn du ein mittelständiges Unternehmen bist, dann kannst du dich 5.000 Euro mehr aufwenden, um dann irgendwie das Konzept einzuhalten, wenn es sowieso schon irgendwie am Limit budgetiert war. Wie war das dann eigentlich, also wir gehen schon natürlich noch weiter wie zu anderen Themen, aber wie war das dann eigentlich für dich persönlich? Weil du hattest dich ja ganz offensichtlich auch, sagen wir mal, über andere Quellen informiert über die Krise und hast dir sicher auch deine eigene Meinung gebildet und warst wahrscheinlich wie viele andere auch ein bisschen skeptisch mit den Maßnahmen, die dann da eingeführt wurden. Wie ist es dann, in so einem Milieu zu arbeiten, bei dem du so krass davon betroffen bist, aber du kannst eigentlich nichts dagegen tun? Also du bist ja, dir sind ja auch die Hände irgendwie gebunden. Es gibt eigentlich nur einen Weg, Augen zu und durch. Also wenn du überleben willst in der Branche, dann ist wirklich Augen zu und durch. Du musst dann irgendwann mal verstehen und Ohren zu auch, dass du einfach sagst, okay, ich schluck das jetzt einfach so und das ist jetzt die Realität, die definiert worden ist. Und wenn ich die nicht mitspiele, dann existiere ich in dieser Realität nicht, um das so zu sagen. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber du verstehst, was ich meine. Also das ist nicht mein Gedankenmuster gewesen, wo ich mich jetzt sagen, von meinen freien Stücken her bewegt hätte. Aber wenn du gewisse Sachen wahrnehmen wolltest, wie Auftritte, musst du diese Regeln mitspielen sozusagen. Manche haben es ja nicht gemacht. Ja, klar, sag ich ja gerade, wenn du nicht mitspielst, dann bist du halt komplett raus. Ja, außer du bist, und das ist halt auch diese Frage des Künstler-Daseins, wo ist man als Künstler? Außer man ist so groß wie Nena. Die hat gesagt, die macht das nicht. Oder war da nicht auch der Helge Schneider? Xavier auch. Ja, also es waren ja so ein paar Leute, die gesagt haben, die machen das nicht, ja, unter diesen Bedingungen. Ab wann kann man sich das erlauben? Das ist eine gute Frage, weil das Ding ist nicht nur ein aktueller Punkt, den du dann eintriffst damit, was Leute über dich denken, sondern was hat das für eine Art Konsequenz? Also was ist eine Folge, man sagt ja nicht umsonst, ein Ruf aufbauen dauert ja ewig, um ihn kaputt zu machen, geht ja zack, ganz schnell. Und dann musst du halt echt überlegen, also selbst ein Xavier, ich meine, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, oder der hat ja auch am Ende die Retour gemacht. Also mein Studio sind die Naidoo Studios. Also ich nehme alle meine Songs in meinem auf. Also ich weiß nicht, ob er noch da beteiligt ist, aber zu dem Zeitpunkt war es noch. Aber bei Naidoo gab es ja viele andere Thematiken, die natürlich auch dazu geführt haben, dass, ich sag mal, sein Ruf ruiniert wurde und sicherlich nicht nur diese Corona-Maßnahmenangelegenheit. Also das war es nicht nur bei ihm. Ja, stimmt, da hat eigentlich ganz krassere Themen. Da kam ganz viel zusammen. Stimmt, ja, das war auch generell für die Menschen viel zu viel, weil die sowieso schon alle sehr sensibel waren, auf Basis von Corona. Aber ab wann kann man sich das leisten? Ich würde echt behaupten, wenn du einfach wirklich auf alles drauf scheißt, entschuldigung, dass ich jetzt den Begriff benutze, aber das ist tatsächlich so. Wenn du einfach sagst, ey, scheiß drauf, ich gehe jetzt komplett meinen Weg, ich habe so genug finanzielle Rücklagen oder Beteiligung an meinen Songs. Auch wenn ich jetzt nichts mehr verdienen würde, komme ich darauf klar oder wandere aus. Die finanzielle Unabhängigkeit ist da natürlich ein großer Punkt. Ja, und ich würde mal so sagen, ich hätte mir das auch leisten können, aber ich war ja, ich habe ja erst mit Corona angefangen, eigene Musik zu machen. Also es war ja sozusagen die Krise zur Chance nutzen. Auf einmal habe ich viel Zeit, weil diese 800 Anfragen waren weg. Also war ganz viel Zeit für das, was schon immer in meinem Herzen drin war, eigene Musik zu machen. Das ist ja, da wollte ich jetzt noch hinkommen. Deswegen schön, dass du das so schön übergeleitet hast im Endeffekt. Genau, 2020 rollt, also kam ja wieder so eine Dampfwalze auf uns zu dann. Das hat ja auch keiner erwartet so am Anfang des Jahres. Und dann hast du dich entschieden, okay, jetzt ist so viel Kapazität, so viel Freiraum. Ich mache jetzt meine eigene Musik und hast, jetzt habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Du bist auch im Fernsehgarten aufgetreten mit deinen Songs, im ZDF-Fernsehgarten. Im Juli 2020 war dein erster Auftritt und zwar vor Pappfiguren. Ja, richtig. Also das heißt, du hast ja auch wirklich dieses ganze Corona-Thema als Künstler auch, ich sage mal, sehr hautnah miterlebt. Ich war auch beim, also ja, also 2020 Pappfiguren im Fernsehgarten, 2021 im Fernsehgarten waren es dann 10% Zuschauer, Rest Pappfiguren. Und letztes, was haben wir jetzt, 23, 22, genau, da war dann alles wieder fast normal mit 80% Kapazität, wo sie Leute reingelassen haben. Genau, ich bin ja dieses Jahr wieder da, jetzt am 16. Juli. Ich glaube, jetzt ist es hopefully ganz normal. Reden wir noch ein bisschen darüber, dann wollte ich noch auch erwähnen, dass du auch bei Stefan Raab's Free Eurovision Song Contest 2021 mitgemacht hast und du hast Spanien vertreten. Ja, voll. Jetzt verfolge ich das nicht, ich gebe zu, ich gucke mir die Propagandaschau, den ESC ganz gerne an, weil ich... Sehr unterhaltsam. Es ist sehr unterhaltsam, muss man, und wie gesagt, Current Events make future trends. Ich finde, das ist ganz wichtig zu verstehen. Vor allem in deinem Bereich. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie hast du da abgeschnitten bei diesem Free Eurovision Song Contest? Es waren 18 Teilnehmer und ich wurde neunter. Ah, okay. Und ich würde sagen, ich war der Unbekannteste. Also wenn ich den Namen sage wie Ray Garvey, Milo, Amy MacDonald. Kenne ich ein paar. Ja, die kenne man eigentlich alle. This is the life in the wake up in the morning. Ah, ja, okay. Ja, ich bin nicht so bewandert. Du kennst die Songs, aber die Künstler vielleicht nicht. Aber ich war sozusagen so ein richtiger Newcomer. Aber war eine krasse Erfahrung, weil ich bin ein riesen Stefan Raab-Fan gewesen immer. Und ihn dazu kennenzulernen, das war schon cool für mich. Ach, der war auch da. Ja, der hat uns begrüßt. Den sieht man ja gar nicht mehr. Den siehst du gar nicht mehr und deswegen hat noch keiner erkannt. Er hat die Maske aufgehabt und sein typisch hellblaues Hemd. Und dann kam er zu uns und hat sich bedankt, dass wir da sind und dass wir mit ihm die Show heute machen. Und das hat keiner erwartet, weil es war nicht, hätte er nicht machen müssen. Aber das war eine sehr positive Geste von ihm. Und das hat, ich meine, es ist ja auch interessant, dass 2021 so eine Veranstaltung dann auch stattgefunden hat. Ja, aber auch sehr kompliziert. Also da war es auch wieder so. Ich glaube, da musst du schon zwei Impfungen gehabt haben zu dem Zeitpunkt und den aktuellen Test on top. Und dann noch vor Ort einen Test. Also du musst einen mitbringen und einen. Also es war so richtig extrem. Deswegen hat es nur funktioniert. Ja, das war krass. Das war definitiv krass. So, du hast angefangen, deine eigene Musik zu machen, dann mit 2020. Und ich muss sagen, was ich so interessant fand. Ich habe ja dich dann tatsächlich mal bei RTL 2, ja, ich gebe zu, ab und zu mal schaue ich da vorbei, habe ich ja dich gesehen. Also das heißt für mich eigentlich ging es ja relativ schnell, dass du dann mit deiner Musik auch erfolgreich wurdest. Also ich kann das natürlich jetzt als Außenstehender nicht so gut beurteilen vielleicht. Aber mich hat es halt gewundert, dass jemand, der, wie du selber jetzt sagst, relativ unbekannt ist. Direkt mit RTL 2 irgendwie zusammenarbeitet. Vollkommen richtig. Also sagen auch viele, also damals haben viele gesagt, in diesem kurzen Zeitraum von einem Jahr so viele Sprünge zu machen, ist sehr, 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 sehr selten. Aber das liegt auch daran, A, dass halt diese Krise war und auf einmal dieses riesen Gap zustande kam, wo ich gerne jemand bin, der mal sagt, find a gap and fill it. Also dieses Gap füllen und das war vor allem dann noch eine Leidenschaft. Die Lücke füllen und den Anglizismus, ich weiß. Ja, Entschuldigung, ich wusste aber nicht, wie ich es auf Deutsch sagen würde, um die Lücke zu füllen, auch noch dabei sozusagen Spaß dran hatte, das zu machen. Also bin ich da reingesprungen und weil ich die Bühne ja seit 2007 kenne, war das kleinste Problem, mich damit zu, ja, zu identifizieren. Identifizieren, also da reinzugehen und einfach zu sagen, komm, jetzt do das. Auch wenn ich sagen muss, ich muss jetzt zum Morgenmagazin, ist das auch ZDF? Ich glaube, ja, ne? Das MoMA ist ZDF, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich habe ja so viele Auftritte schon gehabt, aber trotzdem, das war, boah, du musst um vier Uhr morgens aufstehen, live singen, die Stimme muss fit sein und dann ist es einfach live Fernsehen. Das war wirklich, glaube ich, mein anspruchsvollster Auftritt. Auftritt in die Stimme. Ah, im MoMA? Ja. Und das, weil ich meine, Fernsehgarten ist ja jetzt auch nicht ohne, glaube ich. Super einfach. Ich liebe jetzt allen die Illusion hier, weil da darfst du nur Playback singen. Du darfst nur, aufgrund, es ist eine Liveshow und es wäre so ein immens großer technischer Aufwand, alle live abzumischen, dass du Playback singen musst. Das heißt, das Einzige, was du nicht vermasseln darfst, ist, dass du irgendwie dieses Mikro weghältst, an deinem Song sozusagen. Weiß man das? Ist das schon bekannt? Boah, ich glaube. Aber das ist witzig, dass du es nicht wusstest. Also anscheinend nicht. Nein, aber ich gucke ja keinen Fernsehgarten. Ja, ja, gut, aber ich glaube, es gibt viele, die glauben, es ist dann so, wie es ist. Wird man beim Öffentlich-Rechtlichen gut bezahlt für sowas? Ich sage immer wieder, deswegen gehe ich gerne dahin auch. Also erstens, ein super geiles Team. Also wirklich. Super lieb, super nett. Also wirklich, ich habe mich, glaube ich, noch nirgendwo wohler gefühlt bei Auftritten. Als beim Fernsehgarten. Ja, also ernsthaft, super, super coole Leute. Und ich hole mir mal ein bisschen meine GZ zurück. Ich wollte gerade sagen, da fühlt man sich dann irgendwie so wie so ausgleichende Zerechtigkeit. Und wenn ich dich jetzt frage, wie viel man da kriegt, ist das sehr unterschiedlich wahrscheinlich. Es ist unterschiedlich, aber es ist ein festgelegter Betrag. Also ich kann dir nicht genau den Betrag sagen. Der ist jetzt nicht schlecht, auch nicht mega gut. Aber es kommt darauf an, manchmal kriegst du halt noch so eine Anfrage, für dass du noch Socials für sie machst. Oh, wieder ein Anglizismus. Wie sagt man das auf Deutsch? Soziale Medienauftrag. Ja. Genau. Und dann gibt es natürlich eine Extrazahlung dafür. Und dann gibt es eine Pauschale für den Auftrag. Aber beim Öffentlich-Rechtlichen wird man wahrscheinlich gut bezahlt. Also ich sage immer, es ist nicht schlecht. Bei Raab gab es mehr. Ah, okay. Ah, vom Privatfernsehen gibt es dann doch mehr. Und beim MoMA, dafür kriegt man ja auch Geld, oder? Ja, aber das war nicht vergleichbar. Das ist eher so eine Aufwandsentschädigung. Aber es ist natürlich, jetzt kommt wieder ein Anglizismus, Exposure. Also du hast natürlich Leute, du willst ja auch gesehen werden. Ja, voll. Mit deiner Musik und so weiter. Ja. Ja, aber du merkst schon, dass das alles ein System ist, wenn du da unterwegs bist. Inwiefern? Naja, alle, man lässt, also ich glaube Politik und Religion, um das mal so zu sagen, diese zwei Themen, die finden nie statt. Egal, wo du bist. Und das ist zum Thema Corona davor. Du merkst, da waren einfach alle mit. Es gibt viele, wirklich viele. Ich kann da keine Namen nennen und so, aber ich kenne viele, die das mitgemacht haben, aber nicht dazu gestanden haben, was da abgeht. So im Hintergrund? Ja klar, jeder sagt so, ey, das ist ja voll der, darf ich Bullshit und sowas sagen? Ja, du kannst es sagen, klar. Okay, das ist ja voll der Quatsch, den die hier fabrizieren, aber das ist halt jetzt so. Komm, machen wir einfach mal. Die haben das nicht so krass auf die Waagschale genommen, dass es so ein Potenzial hat, vielleicht auch andere Züge zu nehmen von Kontrolle, was natürlich dann sozusagen die alternativen Medien, die auf der ganz anderen Seite sehr extrem zur Schau gestellt haben, wo ich ja auch kein Freund davon bin, muss ich auch dazu sagen. Ich finde ja, irgendwo in der Mitte ist meist die Wahrheit, die wollten auch ihre Reichweite machen, die alternativen Medien, so wie die Mainstream-Medien. Ja, aber wer hat die Macht? Ja, ja, klar, wer hat die Macht? Also das ist ja ganz schön gleich verteilt. Das ist keine Frage, wer die Macht hat. Das ist keine Frage, aber trotzdem haben andere damit auch viel gespielt. Mir ist dann aufgefallen, ich habe ja viel auf Telegram Leuten gefolgt und wenn du merkst, egal was du dir gerade anschaust, das ist meine Art und Weise, damit umzugehen, wenn ich merke, sagt, etwas tut mir nicht gut, dieser Inhalt, den ich gerade konsumiere, dann ist da wahrscheinlich auch irgendwas Seltsames dran, so wie das kommuniziert wird. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ey, diese ganze Alternative, was ich mir angeschaut habe, das hat mich auch in ein Loch gebracht, hat mich auch nicht wirklich rausgebracht aus diesem ganzen Andam, was ja auch ins Loch bringen war. Und dann war es auf beiden Seiten irgendwie runtergedrückt, dass ich dann irgendwann mal geschafft habe, sozusagen, ey komm, ich mache jetzt mal ein bisschen Abstand davon und gehe mal mehr in die Welt raus und versuche das als selbst zu reflektieren. Und das hat mir dann auch krass geholfen, wieder mehr Motivation zu fassen mit der eigenen Musik. Also ich habe auch kürzlich, hat mir auch jemand gesagt, ja, Medienpause ist gut und es bezieht sich dann meistens oder die Menschen beziehen es dann meistens auf die Mainstream-Medien. Legacy-Media sagt man ja auf Englisch so schön. Und dann meinte er aber auch zu mir, ja, aber mittlerweile mache ich auch Pause von alternativen Medien, weil die sind auch relativ groß. Die Reichweiten sind ganz anders als noch vor Corona. Du hast ja ziemlich viele, ziemlich große Vielfalt. Und auch da wird es irgendwann mal anstrengend, wenn du die ganze Zeit diese Hiobs-Botschaften liest. Und da habe ich zum ersten Mal auch gedacht, wow, stimmt eigentlich. Wenn du Medienpause machst, musst du wirklich von allen Medienpause machen. Ja, voll. Weil es kann dich auch wirklich komplett runterziehen, wenn du die ganze Zeit Angst hast von Bill Gates bis, weiß ich nicht, irgendwie irgendwelchen Nanobots, die gespritzt werden oder was auch immer. Also ich will das jetzt auch gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber wie gesagt, das ist auch belastend und ich glaube, viele Leute würden dem auch zustimmen. Ja, voll. Es geht auch nicht darum, Sachen ins Lächerliche zu ziehen. Es ist einfach nur, was macht es mit dir? Und dann kannst du das immer sehr gut reflektieren. Und weil du gerade meintest, wer hat die Macht? Wenn du nach Reichweite gehst, haben fast die Alternativen mehr Macht als Mainstream-Medien. Findest du? Ja, es gibt Kanäle, die sind ja riesig, jetzt im englischsprachigen Raum. Ach so, okay, okay, wenn du den englischsprachigen Raum mit einbeziehst, dann gebe ich dir recht, dann haben vor allem auch diese, sagen wir mal, Einzelstimmen, ja, zum Beispiel wie Russell Brandt, den du jetzt gerade erwähnt hast, auf jeden Fall eine sehr gute Reichweite, aber im deutschsprachigen Raum ist das Verhältnis nicht ganz so, weil wir eben diesen öffentlich-rechtlichen Apparat haben und der ist komplett wettbewerbsverzerrend. Das ist wahr, ja, klar. Zehn Milliarden Euro im Jahr, das ist so irre. Irre, das kann man sich, glaube ich, fast gar nicht vorstellen. Also, das ist wirklich ein Elefant im Porzellanladen, ne? Das ist irre. Das sind ja auch alles Bound, oder? Nein, nein, nein. Nicht alles Bound? Nein, nein, nein. Okay. Also, ich glaube tatsächlich, dass die Journalisten, die jetzt dort anfangen, auch nicht mehr so bezahlt werden, wie jetzt Peter Hane zum Beispiel früher oder sowas. Ich erzähle das nur, weil Peter Hane jetzt gerade veröffentlicht wurde, deswegen ist er jetzt gerade im Kopf. Kommen wir wieder zu dir. Und zwar, wir waren jetzt gerade dabei, dass du relativ schnell auch viele Auftritte hattest. Du hattest gutes Exposure mit deiner eigenen Musik, obwohl du erst, sagen wir mal, 2020 angefangen hast. Du hast dann auch angefangen, mit RTL 2 zusammenzuarbeiten und mit Universal, glaube ich. Das war so eine Kombination. Und deine Musik gibt es natürlich auch auf Spotify. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, dass du 30 Millionen Streams auf Spotify hast. Ja. Das habe ich, wieso, wieso? Ich glaube, das habe ich von deiner Seite. Ja, ja, voll. Das nimmst du eher so flächend übergreifend her, plattformübergreifend. Es sind sogar noch mehr, wenn du dann noch YouTube nimmst und Tidal. Aber das war jetzt auf Spotify. Genau, Spotify ist ja auch der Player. Also, genau. Und da habe ich mich gefragt, ja, du hast über 30 Millionen Streams auf Spotify. Was genau bedeutet das? Also, monetär. Ich will jetzt einfach mal wissen, wie viel Geld kommt dabei eigentlich rum? Das kannst du einfach googeln. Also, das ist ja kein Geheimnis. Du bist ja knapp bei 1.000 Streams, bei knapp 4 Euro. Wenn du rechnest hoch, dann bist du bei knapp 120.000 Euro. Und dann ist halt die Frage, was bist du für ein Künstler? Hast du Scheißverträge oder gute Verträge ausgekantelt? Weil das heißt für jeden was anderes. Das heißt, weil das geht ja nicht alles in deine Tasche. Ja, ja, genau. Weil du ja eben mit anderen... Es gibt Songs, die gehen direkt in meine Tasche. Weil ich die anders released habe, in einem anderen Konstrukt. Dann gibt es Songs, die habe ich mit RTL 2 Universal gemacht. Da gibt es dann die typischen Deals. Es gibt ein Recruitment. Das heißt ein, wie heißt das? Wie würdest du es auf Deutsch sagen? Das weiß ich nicht, wie das heißt. Das Geld wieder einbringen, was investiert wurde. Ah, ja. Musikvideo kostet 5.000, Promo kostet 5.000, 10.000 ist sozusagen das Budget. Und wenn der Song 10.000 einspielt, dann gibt es den prozentualen Split für beide ab dem Punkt. Und den musst du aushandeln halt. Das gibt auch die Konstrukte. Und meistens, man sagt, wenn du bei großen, großen Majors bist, also jetzt nicht wie ich den Konstrukt hatte mit El Cartel heißen die eigentlich, RTL 2. Und Universal war der Vertrieb. Aber wenn du Universal als Haupt-Major-Label hast und die alles machen, Vertrieb und Label, dann sagt man meist, dass die, die jetzt halt anders so 20, 80 sind. Also du kriegst vielleicht 20 Punkte von einem ab. Und dann ist es wieder voll überschaubar. 30 Millionen Streams. Dann sind es ja nur wieder 6 Millionen. Und da steht ja auch voll viel Zeit und alles mit drin. Es klingt immer mehr, als es ist. Aber trotzdem ist es schon sehr viel, wenn man das jetzt mal so ins Verhältnis nimmt. Es gibt, glaube ich, nur, was habe ich letztens gelesen, 1000 Künstler in Deutschland, die über 100.000 Hörer haben pro Monat. Wenn überhaupt. Besonders waren es sogar weniger. Und ich bin ja so bei 250.000 bis 400.000 Hörer pro Monat. Also schon so eine eigene Klasse. Das ist eigentlich nur die Frage, immer nach der eine Song, deswegen auch immer dranbleiben. Da frage ich mich auch gerade, ob die Leute wirklich so ein Bedürfnis haben, dieses Latin Pop, diese gute Launemusik einfach zu hören. Ja, es ist tatsächlich in Deutschland ein Frühling- bis Spätsommerthema nur. Weil wer will das im Winter hören? Deswegen sind wir auch im Team gerade dran, ein bisschen andere Sachen zu probieren für den Winter. Aber es wird angenommen. Also ich meine, die Deutschen gehen alle nach Spanien in den Urlaub. Und Mallorca ist ja 17. Bundesland und so. Deshalb, es funktioniert schon. Und natürlich ist es etwas angelehnt und einfacher Pop mit einfachen Wörtern im Chorus, damit es auch für sozusagen im deutschsprachigen Raum gut Anklang findet. Also die Positionierung ist nicht international. Die jüngste Singer heißt Viva la Vida, also Lebe das Leben. Lebe das Leben, ja. Ich würde, glaube ich, nochmal gerne fragen, weil du hast jetzt erzählt, ne? Du hast ja mit Universal und, nicht RTL2, aber El-Kartel. El-Kartel heißen wir, ja. Ich finde es interessant, dass das El-Kartel heißt, oder? Ja, also auch spannend. Aber das war geil, ja. Zusammen gearbeitet. Also Universal hat den Vertrieb übernommen und El-Kartel, also RTL2, die Promo gemacht. Die Labelarbeit, genau. Okay, so heißt das. Also es ist nicht nur Promo, sondern auch Labelarbeit heißt, aktiv Leute anschreiben für Compilations, ob du auf eine CD kommst, Bravo Hits, The Dome. Dann, ey, Fernsehsender mich anbieten, ne? Dann Kooperationen. Ach so, also zum Beispiel MoMA oder Fernsehgarten. Ja, ja, sowas auch. Oder zum Beispiel 2021 war meine Single Corazon, der Titelsong von Playboy, sozusagen. Die haben das ganze Jahr den Song benutzt. Ach so. Genau. Und dann war ich auf der Playboy-Jahresparty, Playmate des Jahres in München eingeladen und so Sachen. Ach, das ist ja witzig. Bist du dann auch aufgetreten natürlich, ja? Und wie war das? Es ist witzig und, wie findet man die richtigen Wörter? Überlegst du jetzt, was du sagen kannst und was nicht? Genau, richtig, ja. Es sind tatsächlich, so wie man es sich vorstellt, eher ältere Männer und junge Frauen. Das mal so zu sagen. Gut, das überrascht mich jetzt nicht. Das war jetzt auch so ein bisschen das Bild, das ich visualisiert habe. Waren die dann auch dort alle in diesen Kostümchen, in diesen Bunny-Kostüms oder ist das schon passé? Das ist eine gute Frage. Ne, das war dann schon passé. Dann haben die nur trotzdem hübsch und sexy angezogen so. Aber, ne, die Männer waren halt alle im Anzug. Und ja, die Mädels waren halt in ihren Kostümchen. Das ist halt so richtig, vor allem wenn man das sich betrifft. Also, heutzutage betrachtet, 2023, das war 2021, gar nicht so lang her. Ja, aber ich glaube heute, das müsste eigentlich voll das kritische Thema sein, ne? Dass eine Frau so platziert wird in dieses Symbol. Ich weiß nicht. Findest du das problematisch? Ich gar nicht. Null. Ich finde, ich finde das nicht problematisch. Aus ganz einfachen Grund. Ich finde, es gibt Frauen und Männer. Und wenn eine Frau unbedingt eine Karriere machen will, dann soll sie es machen und darf sie auch machen. Und soll auch Unterstützung bekommen. Aber wenn sie auch eine Hausfrau sein will und Mama sein will, dann ist sie nicht wie vielleicht andere Frauen, die dann sagen, du bist dumm oder du bist zurückgeblieben. Oder du bist unterdrückt vom Partner. Du bist unterdrückt vom Partner. Finde ich das total falsch, weil das ist auch, wenn nicht sogar eine krassere Arbeit, dieses Commitment durchzuziehen und zu machen, dass man das genauso respektiert, wie die Frau die Karriere machen will. Genauso wie der Mann, der zu Hause sein will oder Karriere machen will. Also es sollte echt aus freien Stücken kommen. Das finde ich nur wichtig. Und nicht so in diese Kasten reingebracht werden. Das bringt dann wieder die Menschen aufeinander. Aber witzig, dass du das erwähnst. Es ist natürlich so, dass diese Bilder, die wir jetzt haben, wenn du diese jungen, hübschen Frauen siehst mit den älteren Männern, dann problematisiert man das heute viel mehr als früher. Auch aus verschiedenen Gründen. Auch mit dieser MeToo-Bewegung, was da stattgefunden hat und dieser Machtmissbrauch, der auch stattfinden kann. Stichwort Rammstein ist natürlich da ein super interessantes Thema. Das ist krass. Das ist eine Sache, die mich mal echt seit sehr lang berührt hat. Ich bin da immer sehr vorsichtig mit so Themen umgegangen. Und ich gehe schon seit langem nicht mehr mal in ein Thema rein. Corona war das Letzte, wo ich mich ein bisschen mehr reingelesen habe. Und da war ich mit so fünf, sechs Klicks und auch alternativ. Und einfach nach so dieses Gefühl, weiß ich mal, dieses Intuitive, was du hast. Das hat ja jeder Mensch von uns. Bauchgefühl, das wollte ich sagen. Finde ich den schon krass spooky. Ich glaube, was die Kritik ist, die manchmal kommt, ist das, ja, was erwarten denn diese Frauen, wenn sie dort eingeladen werden? So. Das lasse ich zum Teil auch gelten. Nur ich glaube, Menschen vergessen auch, das sind 18-, 19-jährige Mädchen. Ja, die sind volljährig und offiziell erwachsen. Aber die haben keine Lebenserfahrung. Die haben keine Idee. Es ist ja nicht so, als würde denen gesagt werden, was dort stattfindet. Ja, voll. Und ja, sind die naiv, ja, sind sie auf jeden Fall. Sollten die da hingehen? Nein, bestimmt nicht, ja. Aber ich frage mich manchmal, was man dann von diesen jungen Frauen erwartet. Ich glaube halt, auf der anderen Seite ist es so, dass junge Frauen mittlerweile so viele Freiheiten haben in dieser Welt. Die hatten sie früher nicht. Früher hat der Vater, der Bruder, der Mann auf sie aufgepasst. Und dadurch, dass Frauen jetzt so viele Freiheiten haben, müssen sie halt auch mehr Verantwortung übernehmen. Und damit will ich jetzt überhaupt nicht hier den Rammstein-Sänger da irgendwie in Schutz nehmen. Ja, voll. Ich verstehe dich das ganz. Sondern es geht nur darum, dass Frauen auch verstehen müssen, dass die Welt auch gefährlich sein kann. Und weil sie so viele Freiheiten haben, müssen sie eben jetzt auch bestimmte Pflichten übernehmen. Und das heißt Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist quasi das Learning, das da stattfinden muss. Weil Frauen jetzt eigentlich rausgehen und sagen, ich kann anziehen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Ich kann hingehen, wo ich will, wann ich will. Weil das können Männer auch nicht. Männer müssen auch aufpassen, wo sie hingehen. 100%. Und ich meine diese Waffe, Entschuldigung, ich unterbreche, aber diese Waffe, das ist keine Waffe, das ist auch ein dummer Begriff, was Frauen halt oft haben, durch Kleidung, durch gewisses Auftreten, kannst du dir viele Türen öffnen. Aber das dadurch, was auch passieren kann, ist ja dann die Gefahr, die du gerade ansprichst. Es gibt halt immer zwei Seiten der Medaille. Und das ist halt, was viele nicht verstehen, wo ich mich halt frage, ob Eltern eventuell auch, mit Verantwortung tragen, wenn ein 18-jähriges Kind auf so ein Konzert geht und dann auch diese Schritte weitergeht. Und ich meine, ich kann es halt verstehen. Ich kann es auch verstehen. Ich war nie ein Konzertgänger, aber ich war halt auch so ein neugieriger Mensch, dass wenn ich gesagt hätte, oh, willst du Backstage gehen auf eine Party, dann hätte ich wahrscheinlich auch, oh, wie cool. Irgendwann hättest du mich wahrscheinlich dann auch, weil die YouTuberin hat das ja sehr gut geschildert. Ich habe mir eigentlich schon, ja. Und habe mir gedacht, ah ja, ich verstehe jetzt so den Gedanken und ich kann mich halt gut da hineinversetzen. Ich meine, ich war auch mal in dem Alter, ich bin ein super neugieriges Mädchen gewesen. Ich war kein Konzertgänger, deswegen, für mich hätte es nie stattgefunden, ja. Aber ich konnte mich da irgendwie ein bisschen hineinversetzen und deswegen fand ich dann manche Reaktionen, die dann auch oft aus der alternativen Bubble kamen, die gesagt haben, ja, was erwartet ihr denn? Fand ich nicht ganz, es war ein Teil der Geschichte, aber es war eben nicht die ganze Geschichte. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen gestört. Mich auch, voll. Hast du Groupies? Ja, gibt es auch. Aber ich gehe damit definitiv anders um als Rammstein, um das mal so zu sagen. Hast du wirklich Groupies? Ja, Groupies im Sinne von, es gibt echt teilweise Kanäle auf Instagram, wo die dann den Namen umbenennen in meinen Nachnamen, als ob sie dann mit mir zusammenwenden oder so. Aber es ist dann auch so, kriegst du dann so Nachrichtigen, kriegst du auch so anzügliche Fotos, alles Mögliche? Das tatsächlich nicht, ich glaube, das ist eher so ein Männerding, dass Männer das bei Frauen machen, aber das machen Frauen nicht. Weil es so gut funktioniert. Genau, so gut funktioniert. Fotos eher so, da gibt es mal so ein Selfie, aber wie gesagt, das sind dann auch eher speziellere, Typen von Menschen, die sowas machen, die das auch dann, und das meine ich jetzt nicht abwerten, sondern es gibt dann einfach so, die sind gerne nach außen, haben die so keine Hemmschwelle. Weißt du? Die sind einfach, wie sie sind und das finde ich gut. Also bunt und egal, was einer über mich denkt, ich gehe meiner Emotion nach. So Menschen gibt es halt da draußen und die trauen sich dann auch sozusagen mir, ob das jetzt irgendwie ein Selfie ist oder die machen eine Collage aus dem Foto mit mir und mit denen oder Instagram-Kanäle, wo, wie ich es gerade gesagt habe, die dann auf einmal auch Sanchez mit Nachnamen meisen. Gibt es, ja. Die schönsten Nachrichten sind aber immer noch die, wo Eltern mir Momente teilen, mit mir teilen, dass ihre Kinder sozusagen mega Spaß in dieser Musik haben und die das zum Einschlafen benutzen oder für ihren Geburtstag nehmen oder zum Beruhigen. Und das ist dann immer so, keine Ahnung, wenn ich sehe, dass Kinder immer das Annehmen, ist für mich immer ein Beweis, dass es gut ist. Hast du Kinder? Nee, ich habe keine Kinder. Noch nicht, vielleicht kommt es ja noch. Wir wollen ja darüber sprechen, dass du dich jetzt quasi traust, mit mir zu reden. Und ich würde tatsächlich, also auch damit die Zuschauer da auch so mitkommen, was hat sich denn geändert? Warum und warum hast du überhaupt dieses Bedürfnis, nach außen zu gehen, um auch zu sagen, ja, ich habe Corona so erlebt, ich fand das nicht richtig, aber damals konnte ich nichts sagen, aber jetzt möchte ich was dazu sagen, ja, also was ist da so passiert? Naja, es ist jetzt mehr akzeptiert draußen, das ist das Thema, dass Corona... Jetzt würden die sagen, du willst sicher sein, du hast dich nicht getraut, wäre jetzt die Kritik. Aber ganz einfach, ich muss da nicht der Coole sein, der dann sagt, hätte ich doch oder sowas. Nein, ich habe mich nicht richtig getraut. Ich bin ruhig geblieben, einfach auf Basis in dem Umstand, wo ich damals unterwegs war. Es war ein Traum, eigene Musik zu machen. Ich kam dann in diese Bubble rein, vielleicht auch wie die 18-jährige Mädchen, also ähnlich gesagt, ich war da auch in gewissen Kreisen dann drinne. Und dann wusstest du, ein Spruch oder ein Satz hätte alles verändert. Weißt du? Und dementsprechend war ich da leise. Mein Gefühl ist so, dass dieses Jahr, das Jahr ist das erste Jahr, wo das Thema gefühlt einfach gar nicht mehr existiert, tatsächlich. Und es mir so wichtig ist, einfach zu sagen, dass ich alle Menschen, die damals da viel durchgemacht haben und sich dazu eingestanden haben, dass ich viel Respekt vor den Leuten habe und auch dankbar bin, dass sie es gemacht haben, weil ich mit denen voll mitfühlen kann, weil es mir sehr, sehr, sehr ähnlich dabei ging. Bis ich an den Punkt kam, wie ich es dir gesagt habe, wo ich das in den Augen zu und durch war, aber bis zu einem gewissen Punkt, also wenn es noch natürlich noch mehr eskaliert mit vielleicht noch krasseren Kontrollen und noch mehr Ausgrenzung, da ist auch bei mir irgendwann mal der Hebel, wo ich dann sage, okay. Wobei es schon krass war. Es war teilweise echt krass. Aber klar, man kann... Vor allem für die, die es knallhart durchgezogen haben, war es krass. Aber ich weiß schon, was ich meine, man gewöhnt sich, hat sich auch gewöhnt. Also es gab einen Gewöhnungseffekt definitiv, der da stattgefunden hat. Aber was hat sich denn dann an deiner quasi businessunternehmerischen Situation geändert? Weil es war ja so, ja, jetzt kann ich nicht so richtig frei sprechen. Also können wir ja jetzt hier offen drüber reden. Also war das dann auch in den, ja, die Verträge, die du hattest. Aber es ist ja nicht so, als hätte der Vertrag gesagt, du kannst nicht irgendwo hingehen. So funktioniert das ja nicht. Also es ist ja alles implizit. Definitiv. Für mich war es einfach nur gefühlstechnisch klar, wenn ich was sage. Weil ich auch gewisse Rück-, wie heißt es, Feedbacks bekommen habe. Wenn ich mal was angedeutet hatte auf Social Media, also auf den sozialen Medien, dass es nicht erwünscht ist. Also ich hatte einmal die Umfrage, seid ihr für das Impfen oder gegen das Impfen? Ohne, dass ich meine eigene Meinung dazu geäußert habe, ne? Und dann kam direkt die Info und nehme die Story raus, sozusagen. Raus. Story raus. Und da war mir klar, das ist kein gewünschtes Thema. Aber jetzt so rückblickend darauf kann ich aber auch die Menschen, die das mir gesagt haben, verstehen. Weil die waren selber in ihrer Maschinerie drinne und haben das gar nicht weiter gedacht. Das ging einfach so auf Basis von, lass doch gar nicht diese Themen da ansprechen. Das ist doch sowieso, machst du nicht, also niemand glücklich damit, sozusagen. Und auch der andere, also du wirst so oder so Leute finden, die es nicht gut finden, was du sagst. Egal in welche Richtung. Und ich glaube ja, dass das genau, also man könnte jetzt argumentieren, dass genau das das Problem ist. Dass überall diese kleinen Rädchen einfach sagen, ja jetzt lass es doch. Genau. Jetzt lass es doch. Jetzt sind wir doch, komm, jetzt ist das nicht so eine große Sache. Aber wenn alle, auch von denen du gesprochen hast, die da im Hintergrund arbeiten und die alle damit ein Problem, nicht alle, aber auch zum Teil ein Problem damit haben, wenn alle etwas sagen, dann kann diese Dampfwalze gar nicht drüber rollen. Ja, voll. Weil die Mehrheitsverhältnisse dann ganz andere sind. Aber die Frage ist, wie groß sind diese Rädchen? Das ist die Frage, die du stellen musst. Ja, aber viele kleine Rädchen machen auch einen Unterschied. Ja, aber das bringt dir nichts. Glaubst du nicht? Nee, weil wenn das große Rädchen zum Beispiel Spotify heißt und die machen einfach aus, diese ganze Kette, die sehr viel Geld investiert haben und Zeit investiert haben, da ist dann das Rad ausgedreht oder rausgenommen und dann gibt es keine Einnahmen mehr, weil auf einmal der Song gecancelt wird, als Beispiel. Weißt du? Der Künstler hat das und das gesagt, das wird nicht mehr unterstützt. Gab es ja teilweise auch, dass Songs rausgenommen worden sind, damals. Welche, weißt du das? Ich weiß schon, welches waren, aber das waren Künstler, war das nicht auch Richtung, wie hieß der andere, war nicht Helge Schneider da auch involviert? Also Helge Schneider hat auf jeden Fall, soweit ich mich erinnern kann. Der war übrigens auch beim Free Eurovision Song Contest, den habe ich kennengelernt. Achso, schön, ich meine, dass er sich geweigert hat, unter diesen Auflagen aufzutreten. Ich bin mir ziemlich sicher und sonst werden die Kommentatoren mich bestimmt korrigieren, aber ich meine, dass er da sich ziemlich explizit in diesem Zusammenhang geäußert hat. Ich weiß jetzt nicht, welcher Künstler es war, aber ich habe in Erinnerung, dass das da das Potenzial für ein Cancel von Songs und Künstlerprofilen war und dementsprechend war das dann für die klar, dass sie das kommuniziert haben. Ich meine, die haben mir nicht gesagt gehabt, was im Endeffekt auch gut war. Es gab ja auch Künstler oder Influencer, die dann Vorlagen bekommen haben im Sinne von, wirbt doch bitte fürs Impfen. Das hatte ich Gott sei Dank nie so auf der Art und Weise. Kam das bei dir an? Also hast du so ein Angebot bekommen? Nein, nicht wirklich direkt. Es gab mal so ein Gespräch, aber da war direkt klar, dass ich das im Gespräch, dass die mich gar nicht erst fragen müssen, aber ich wusste, wo es hingeleitet ist, weil ich bin kein Arzt, ich kann niemandem was empfehlen, was gesundheitlich machen. Aber das haben viele gemacht. Ich weiß, und das fand ich auch nicht in Ordnung. Das fand ich nicht in Ordnung. Aber da ist bestimmt auch viel Geld geflossen. Viel, sehr viel. Weißt du das? Nein. Natürlich habe ich keinen Zettel, wo ich den Betrag sehe, aber grob. Du hast ja auch Kontakte. Man kennt Influencer und dann sieht man auch, welche Videos dir angezeigt werden, von wem. Und dann kennst du die Person und dann denkst du, okay, krass. Ja, aber ich sage mal so, selbst diese Menschen, die es gemacht haben, ich bin stark der Überzeugung, ein Mensch macht immer etwas aus einer guten Intuition, also Intention. Die haben jetzt nicht bewusst damit geworben, weil es jetzt nur ums Geld ging. Die dachten auch, die machen was Gutes damit, weil es so programmiert wurde. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich gehe. Ich will dir nicht was vorwerfen, jetzt im Sinne von, ihr habt Geld genommen, mit dem Wissen, ihr sagt Menschen, dass sie einen Impfschaden kriegen. Also ich denke auch, ich gehe auch mit der Idee durch die Welt, dass Menschen gute Absichten haben. Genau. Und das würde ich auch in diesem Zusammenhang machen. Ich glaube, es war naiv. Genau, das ist das Richtige. Und es war halt auch einfach Mainstream und viele Leute fühlen sich darin natürlich auch wohl und schwimmen dann einfach mit. Und ich glaube, das hat man halt auch viel bei Künstlern gesehen und ist so wahnsinnig enttäuscht, auch von dieser Unterhaltungsbranche, die eben auch so hart getroffen wurde. Und man hat dann nicht verstanden, dass so viele da einfach mitmachen. Natürlich nicht alle. Ja, aber das ist halt so dieses Thema. Also kann man überhaupt kritisch sein in der Unterhaltungsbranche, in Deutschland jetzt speziell? Weil so wie ich das wahrnehme als Laie, ich habe keine Ahnung von dieser Branche, als müsste man da bestimmte Kriterien erfüllen, um überhaupt hochzukommen. Als Schauspieler, finde ich, fällt das immer wieder auf. Und dann, wenn du oben bist, dann bleibst du auch da. Weil die tragen dich über Jahrzehnte mit in Deutschland. Und es ist halt wahnsinnig schwierig, da überhaupt reinzukommen. Und ich kenne so kleinere Schauspieler, die bestätigen mir das auch. Also von dem her, kann man sich das überhaupt erlauben? Also so auch eine andere Meinung außerhalb des Mainstreams zu haben. Und wie kannst du es dir jetzt erlauben, bei mir zu sein? Nicht, dass ich jetzt so ein krass Außenseiterformat bin, aber so würde es wahrgenommen werden. Ja, ja, voll. Also wie kannst du dir das jetzt erlauben? Ich kann es mir erlauben, dass ich den Glauben zu Gott habe und vertraue, dass das, was zusammenkommt und passiert, passieren soll. Und trotzdem immer mit Liebe und Respekt rausgehe. Also genauso wie die Person. Ich habe eine Person im Team damals verloren, wegen Corona. Aber nicht jetzt sozusagen verloren, dass jemand verstorben ist, sondern sie wollte nicht mehr mit mir zusammenarbeiten, weil ich in privaten Gesprächen gewisse Sachen von mir gelassen habe, die meine Gedanken zu dem Zeitpunkt waren. Und das sehr schade war, weil wir waren immer richtig cool miteinander und auch voll viel Spaß gehabt. Und dass dieses Thema uns so gesplittet hat, war super schade für mich. Aber trotzdem heißt es nicht, dass ich die Person nicht wertschätze oder dankbar bin für alles, was sie für mich gemacht haben. Und ich einfach jetzt sage, pass auf, was ganz Wichtiges meiner Meinung nach ist verzeihen. Auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten zu sagen, ey, ich kann euch verstehen, dass damals manche Leute in diesen krassen Weg gelaufen sind und dass diese Leute auch verstehen, wie andere Leute dem Weg gelaufen sind. Weil wenn wir nicht zusammenkommen, dann bleibt es weiter, dass wir uns die Köpfe einschlagen. Ja, das ist so mein Gefühl. Ja, das ist auch, das ist so die Huhu-Antwort. Die Huhu? Also Spiri, in Amerika sagt man ja Huhu, wenn du ein bisschen Spiri bist. Es kann aus meiner Sicht, und vielleicht bin ich da nicht so die Barmherzigkeit, man kann nicht verzeihen, wenn es keine Konsequenzen gibt. Findest du? Ja, also nein, okay, man kann natürlich, natürlich kann man verzeihen. Aber wenn wir jetzt hart politisch denken, dann kannst du den Entscheider nicht verzeihen, außer sie übernehmen Verantwortung für ihr Handeln. Und Verantwortung für das Handeln übernehmen bedeutet, dass mindestens, mindestens Leute zurücktreten. Das ist das Minimum. Du redest jetzt von Politikern hauptsächlich. Ja, genau. Ich war jetzt gerade eher in dieser gesellschaftlichen Schiene. Ja, natürlich. Menschen, Familien, Freunde. Auf individueller Basis bin ich ganz bei dir. Da kann jeder das anders regeln. Aber das Ding ist, alles, was da oben passiert, das sickert auch runter. Und wenn da oben Konsequenzen herrschen, oder wenn überhaupt Verantwortung angenommen wird und übernommen wird, dann wird das auch eine Auswirkung haben auf die Familie. Ja, weil wir eben oft nach oben gucken. Also das hat man ja eben, wie gesagt, bei Corona gesehen. Aber wir gehen jetzt so ein bisschen am Thema vorbei. Aber ich will ja sagen, oder wollte ja fragen, ob man kritisch sein kann in der Unterhaltungsbranche in Deutschland. Also ich würde sagen, du kannst es eher nicht sein. Nein, du müsstest echt sagen, ich mache es jetzt und bin offener und frage Fragen. Aber mit dem richtigen, mit der richtigen, mit dem richtigen, das passt eigentlich ganz gut zu sagen, weil vor allem in der Musikindustrie, weißt du, der Ton macht die Musik. Wie stellst du die Frage kritisch? Ja, dass du immer auf Basis von Respekt und Liebe rausgehst, dass du den Leuten klar machst, dass du niemanden jetzt direkt angreifen willst, sondern du willst einfach nur die Frage in den Raum stellen, weil ich selber jemand bin, der nicht alles weiß. So wie Sokrates auch immer gesagt hat. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und so ist es bei jedem und bei jeder, um mal korrekt zu bleiben. Und auf der Basis ist es dann einfacher, würde ich behaupten, jetzt für mich, kritisch, oh, das Mikrofon hat angefangen. Es ist einfacher für mich, ihr zu sagen, ich traue mich jetzt mehr, die Fragen zu stellen und um mal kritischer ins Gespräch zu gehen, aber immer mit der Basis sozusagen Liebe und Respekt. Und damit habe ich einen guten Weg gefunden, dass Leute das auch mehr annehmen. Und nicht, dass ich von oben herabkomme und bin jetzt hier der Alleswisser und ich vorbeleute, was man alles sagt, sondern ich bin einfach nur ein Mensch und will verstehen. Das ist alles. Was ist denn dann, du sagst, du bist ein Mensch, du willst Dinge verstehen, was ist denn dein Anliegen hier, jetzt hier bei mir, ins Gespräch zu kommen? Also was genau? Das Anliegen war, also was mir richtig auf dem Herzen liegt, ist, das, was ich gerade vorhin angedeutet hatte, mich bei den Menschen zu entschuldigen, die ich damals verletzt habe, mit dem, was ich denen gesagt habe, bezüglich dieser Thematik, aber auch darum zu bitten, dass die auch Verständnis haben für das, wie ich darüber gedacht habe damals. Einfach zu sagen, ich habe zwar meinen Mund nicht aufgemacht, aber ich war sozusagen bei vielen Leuten mit emotional dabei, was da abging, was es angeht. Und das ist so ein Thema, warum ich auch dich angeschrieben habe, weil ich, das mich schon auf dem Herzen liegt, dass ich will, dass die Welt eine bessere Welt ist. Ja, eine positive, also sprich, mit mehr Liebe. Ich stehe immer für Liebe, für Nächstenliebe, für Vergebung. Ja, also das sind halt christliche Werte, die ich da in mir trage und auch rausgeben will. Und einfach gemerkt habe, ich hätte damals im Nachhinein vielleicht doch mehr sagen können und sollen, aber habe ich nicht. Und auch dazu stehen, habe ich jetzt nicht gemacht, weil es halt nicht dazu kam. Das war nicht sozusagen meine Funktion in dem Zeitpunkt, sonst hätte ich es ja gemacht. Aber jetzt habe ich dieses Gefühl von jetzt möchte ich und möchte sagen, dass ich den Menschen einfach sagen will, dass ich bei denen bin. Ich bin bei denen, die da durch sind, durch das ganze Thema. Weil es ist nicht einfach. Das ist schon emotional gewesen. Wie gesagt, ich habe auch da jemanden verloren. Das war eine emotionale Sache für mich. Zu wissen so, jemand distanziert sich von dir, weil er denkt, du bist ein Egoist, weil du anders denkst. Naja, also da sind ja auch Familien dran zerbrochen. Das ist jetzt in deinem Fall nicht so gewesen. Nein, Gott sei Dank nicht. Was du gerade gesagt hast, ist interessant, weil das ist so diese Entschuldigung, die ganz viele auch im privaten Rahmen so sich wünschen von bestimmten Personen, die vielleicht sie nicht verstanden haben oder so. Also dass sich Leute entschuldigen dafür, dass sie sie so fertig gemacht haben, weil sie nicht geimpft waren oder sowas. Voll. Und das Witzige ist, ich würde behaupten, ich bin wahrscheinlich in der Position von denen, die sich wünschen würden, dass sich welche entschuldigen. Aber ich gehe den ersten Schritt. Weißt du, ich meine, ich habe keine bekommen. Bis heute nicht. Aber es ist okay. Ist voll in Ordnung. Aber trotzdem möchte ich denen die Hand reichen. Weißt du, auf dem Weg. Und auch allen Menschen, die das gerade sehen und das irgendwie jetzt gerade empfinden, dass sie auch so eine Situation irgendwie in ihrem Umfeld haben, dass sie vielleicht auch einfach den ersten Schritt gehen. Weil am Ende bringt uns nur zusammen, wenn wir uns die Hand reichen. Das ist so, klingt für dich wieder nach einer Wu-Antwort, aber es ist tatsächlich für mich die einzigste Lösung. Läuft sie ernst. Das klingt richtig Wu-Wu. Ich weiß, aber darauf basiert alles. Darauf basiert, dass du auch gerade hier bist und deine Eltern sich dafür entschieden haben, ein Kind zu haben. Das ist auch ein Akt der Liebe, sozusagen. Es ist halt so mit dieser, ich sage mal, mit dieser christlichen, spirituellen Herangehensweise, das ist auch immer, ich würde sagen, sehr löblich. Und es ist aktuell schwierig, weil ich die Idee habe, dass das, was vorgelebt wird, eben genau das Gegenteil davon ist. Also es ist alles sehr so spaltend irgendwie, so vom Gefühl her. Ein Beispiel, was meinst du? Ja, also ich bin natürlich sehr politisch eher unterwegs, aber ich sehe nicht, dass, wenn wir jetzt unsere Parteienlandschaft anschauen und so weiter, und leider nehmen das viele Leute als Vorbild. Es ist nun mal die Situation in Deutschland. Ja, wenn sich die Leute nicht dafür interessieren würden, dann wäre es mir auch scheißegal. Aber die nehmen das ja zum Vorbild und dort wird viel gestritten, dort wird viel gegeneinander gekämpft. Man hat es jetzt gesehen, hier mit dem Landrat in Sonnenberg, mit dem AfD-Landrat, der dort gewählt wurde. Die Parteienlandschaft ist ja explodiert deswegen. Genau. Und ich sehe nicht, dass diese Versöhnung stattfindet. Ganz einfach Antwort. Das sind Menschen ohne Hirte. Und da benutze ich jetzt den Begriff Schaf, was leider auch Corona anders benutzt worden ist. Aber wie laufen Schafe rum, die keinen Hirte haben? Die sind auch verwirrt und wissen nicht, wo lang. Und für mich ist einfach der Glaube, und ich komme aus der Persönlichkeitsentwicklung auch, wo ich mich viel mit dem Energie, dem Universum alles beschäftigt habe, aber ich an einem Punkt war in meinem Leben, letztes Jahr im April, wo ich einfach gemerkt habe, ich komme nicht weiter. Ich war wirklich in so einem depressiven Muster und wusste nicht, wo soll es lang gehen? Soll ich weitermachen, soll ich nicht machen? Habe Magenprobleme bekommen. Ey, egal. Vielleicht too much information, aber Blut im Stuhl, wo du dann einfach nicht was, was abgeht, Kontrollen gemacht, Test gemacht, zum Arzt gegangen. Und nirgendwo war was zu sehen. Alle Werte waren in Ordnung. Aber es ist nicht weggegangen. Und dann hatte ich einen Abend, 21. April, 1.50 Uhr morgens, auch wieder hokus pokus wie viele, aber Gespräche mit Gott. Also, dass ich wirklich Fragen gestellt habe und eine Stimme gehört habe. Und die Hauptbotschaft war, loslassen. Und ich habe losgelassen, und am nächsten Tag war es weg. Und seitdem hatte ich dann keine Probleme mehr gehabt. Und dieses Loslassen und zum Glaube zu finden, ist das, was mir Ruhe gebracht hat, wo ich sehr stark davon Überzeugung bin, wenn Menschen das wirklich anwenden würden, den Glauben. Du sagst richtig. Du kannst sagen, ich bin Christ, oder Muslim, was auch immer, aber wenn du es nicht anwendest, dann hast du nicht die Werte, die du mit dir trägst. Also beispielsweise die Seife, die du auf der Hand hast, ist der Glaube. Nur weil du sie in der Hand hältst, ist es nicht, dass du das verstehst. Du musst sie anwenden. Die Seife. Verstehst du, was ich meine? Genau. Und ich glaube, wenn die Politiker und diese Menschen mehr diesen Hirten hätten und diese Werte leben würden, dass wir gar nicht diese Probleme hätten. Also so christliche Werte jetzt aus deiner Sicht? In meinem Fall sind es christliche Werte, ja. Bist du denn irgendwie evangelisch oder katholisch oder egal? Das Witzige ist, ich bin katholisch, also ich habe Firmen, Kommunion, alles, aber das Katholische hat mich weg von der Kirche gebracht. Ja, ja. Komplett weg. Klassiker, ja. Das war für mich nicht, was ich von Glauben halte. Ich war jetzt in den USA drei Monate und da kam ich zurück noch intensiver zum Glauben, weil ich gesehen habe, dass für die ist Jesus wie für die Kids hier Apache. Also es ist okay, ihn als Vorbild zu haben. Hier bist du ausgelacht, hier bist du, was ist das für ein Verrückter? Ja, aber es kommt drauf an, in welchem Milieu, weil ich meine, du hast schon eine gläubige, gläubig, muslimische Community in Deutschland. Ja, richtig. Und die, gut, die glauben nicht an Jesus, aber die haben ihren eigenen Propheten und ihren Gott. Also von dem her, es kommt drauf an, mit wem du sprichst, wo das quasi kulturell akzeptiert ist, dass man den Glauben hat. Aber jetzt in unserem Milieu, würde ich jetzt mal sagen, ist es eher untypisch, christlich zu sein. Super. Und vor allem merkst du, also super, du bringst es auf den Punkt. Was mir auffällt ist, wenn du das sagst, hat Christentum immer automatisch diese Note mit im Paket, wenn du es sagst, was in den Medien kommuniziert wird, dass es diese komischen Priester und was auch immer gibt, die sich an Kinder vergreifen. Das hat aber nichts mit dem Glauben zu tun. Nur weil du ein Auto fährst und damit Menschen umbringen kannst, das aber nicht machst, das ist das Auto nicht schlecht. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Nur leider kriegt das diese Positionierung. Die denken immer so, wie du unterstützt das? Nein, ich unterstütze das nicht. Ich rede von den Werten und nicht von dem, was Leute damit ausnutzen. Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, das ist halt auch der Unterschied zwischen Kirche und Glauben, weil die Kirche ist auch, aus meiner Sicht zumindest, usurpiert vom Staat. Also wenn du dir den evangelischen Kirchentag anschaust, was die von sich geben, also da ist die Verbindung zu dem Göttlichen, glaube ich, auch eher so Mangelware. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur meine Sicht der Dinge. Ich verstehe, was du sagst. Ja, wir sind jetzt natürlich so ein bisschen, es ist jetzt interessant, dass du auf dieses Thema eingehst, weil ich habe so die Idee, dass Leute sowas suchen gerade. Also das ist witzig, weil auch zu Peter Hane meinte ich, ich habe eher so die Idee, dass wir in einer gottlosen Welt leben. Dass diese Führung fehlt und dass man deswegen diese Ersatzreligionen hat. Ersatzreligionen als zum Beispiel die Wissenschaft. Ja, follow the science. Weil du musst an irgendwas... Die ist jeden Tag neu. Ja, ich meine, es ist ja auch, wie gesagt, es ist ja gar kein Vorwurf. Es ist einfach nur, Menschen müssen offenbar an irgendetwas glauben, an eine größere Idee. Deswegen dasselbe Thema mit dem Klimawandel. Ja, das hat ja religiöse Züge. Voll. Also jeder Mensch, der da, sagen wir mal, zumindest relativ neutral drauf schaut, würde sagen, oh ja, ein paar Parallelen kann ich schon erkennen. Genau. Weil ich glaube, Menschen brauchen etwas, woran sie glauben. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die ich hier bringen will. Auch die Botschaft. Willst du jetzt missionieren? Nein, nein, nein. Ich habe es einfach nur bei mir selbst erkannt, dass das mir Ruhe gebracht hat. Das hat mir Ruhe in mein Leben gebracht, zu sagen, ich habe letztens gehört, dass er gesagt hat, ich muss auf die 100.000 Abonnenten kommen. Das war ein bisschen ernst drin auch, ne? Ja, natürlich. Ich meine das komplett ehrlich. Abonniert. Ich bin absolut ehrlich. Ja, abonniert meinen Kanal. Danke für den Hinweis. Es darfst du nicht unglücklich machen, wenn du nicht da hinkommst. Das meine ich. Und da kommt wieder dieses... Da bin ich nicht. Ja, aber ich meine nur, dieses Loslassen, das gibt dir so viel Frieden und Ruhe und dann in Vertrauen sozusagen, in Gott. Du gibst dein Bestes, aber alles andere ist dann nicht mehr so in deiner Hand. Einfach so sagen, okay. Weil sonst kommst du in diese Spirale, wo du dich depressiv fühlst und schlecht fühlst, weil du gewisse Sachen irgendwie, obwohl du dir so viel Mühe gibst, nicht erreichst und es vielleicht einen größeren Grund hat. Ich weiß nicht, ich habe damals, um ganz kurz zurückzukommen, Corazon war die Single 2021. Ich kam direkt nach einer Woche in die Sommerheitsplayliste. Ich war direkt nach einer Woche beim Stefan Raab beim Pre-Eurovision Song Contest. Der Song ist komplett durch die Decke gegangen. Voll, hoch, 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 immer weiter. Wir hatten einen Promoter gebucht, der die Promotion falsch angelegt hat. Der hat den Song nicht für Pop-Fans angelegt, sondern für Pop-Rock-Fans. Der Song wurde geskippt. Also was das bedeutet, ne? Ja, klar. A Play und dann ist es weg. Weg, weg geskippt. Ja, klar, weil es nicht gepasst hat. Direkt aus der Sommerheitsplayliste geflogen. Aus allen großen Playlisten geflogen. Und auf einmal war dieser, wo es schon klar war, das wird Richtung Gold gehen. Also es war wirklich sehr stark. Also der ist wirklich von Woche zu Woche krass angestiegen. Ist er weggefallen. Und einer meiner größten Träume war dieses, ich möchte mal Gold geben mit einer Single. Und daran bin ich auch. Und das war wahrscheinlich auch, was ich noch mitgetragen habe, bis letztes Jahr, weil es war 2021. Aber jetzt vielleicht im Nachhinein zu verstehen, meine Auffassung natürlich davon ist es, vielleicht war ich gar nicht bereit für diesen Erfolg. Und wäre vielleicht anders abgedriftet. Hätte gar nicht so die richtigen Werte, was ich ja eigentlich verbinden will. Positivität und Licht für die Menschen. Wäre ich vielleicht wo ganz anders abgedriftet. Und dieses Loslassen von, okay, das sollte damals nicht sein, weiter geht's. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich kann da gut mitgehen. Ja, aber viele gehen daran kaputt durch die sozialen Medien. Junge Menschen, die gehen da in Urlaub, die hat die Klamotten, die hat das Auto, dieser Vergleich. Und das macht uns halt kaputt. Also, das ist zumindest meine Meinung. Was sind deine Ziele jetzt noch? Also, ich weiß, ich weiß, loslassen, aber man tut ja trotzdem das, was man kann. Also, es ist ja nicht so, loslassen bedeutet ja nicht, dass man sich auf die Couch setzt und in sein Handy guckt. Ich will das nur mal hier, für die Leute, die das vielleicht missverstehen. Das ist falsch verstanden. Ja, genau. Sondern man macht natürlich das, was möglich ist, aber man ist nicht verbissen daran oder geht daran zugrunde sozusagen. Ja, ich glaube, die meisten Leute können das auch irgendwie nachvollziehen. Also, was sind deine Ziele noch? Auch mit deiner Musik oder vielleicht auch mit deinen Ideen? Meinem Herz zu folgen, das klingt auch wieder sehr wuhu für dich, aber ist echt so. Ich habe immer so ein Gefühl, was mir Spaß macht, was mir keinen Spaß macht und ich gehe mal diesen Spaßbarometer, also, wo ich Freude dran habe und automatische Motivation, dem nachgehen, weitermachen, sein Bestes geben und was daraus resultiert, resultiert. Also, ohne die Erwartung zu haben. Also, das heißt, du hast jetzt nicht mehr die Erwartung, ich möchte, wie heißt das, Gold? Gold gehen, Platin gehen, was auch immer. Wenn es passieren soll, passiert es. Also, wenn der Hit kommt, kommt der Hit. Aber du hast jetzt keine Ziele, ich möchte das noch erreichen. Weil das finde ich interessant. Boah, ich muss dir ehrlich sagen, ja, und das ist cool, dass wir es gerade hier im Gespräch haben, weil das ist uns auch nicht so bewusst gewesen, aber es ist tatsächlich so. Ich bin komplett offen für alles, was kommt, auf Basis, das zu machen, was ich liebe. und damit sozusagen, das ist für mich, glaube ich, meine Formel, wie ich glücklich sein kann. Also, da gibt es ja auch diese berühmte Formel, Glück ist gleich Realität minus Erwartungen. Umso weniger Erwartungen, umso mehr Glück. Ich bin ein furchtbarer Erwartungsmanager. Ich war das auch immer. Total. Wirklich, ganz schlimm. Aber ich lache darüber, das bedeutet, dass schon Besserung da ist. Weil ich mir, weil dieses Wort Expectation Manager hat mir sehr geholfen, da so den Humor darin zu finden, weil ich mir denke, was diese Erwartungen machen einen so unglücklich. Ja, total. Total. Du merkst immer, wann bist du am glücklichsten. Es passiert was, was du gar nicht erwartet hast. Und das kannst du ein bisschen mitmanagen, indem du versuchst, so gewisse Sachen wegzulassen. Aber wir haben ja beigebracht bekommen, wenn du dir keine Ziele setzt, dann kannst du nicht da hinkommen. Das Ganze, ich bin der Meinung, mach, was dir Spaß macht, dann wirst du sowieso Gas geben. Und Paul Mann, dann wirst du entweder eine Million Follower haben, Abonnenten. Ach wirklich, ach wirklich. Ja, aber der 100.000, das ist so, wie es sein soll. In deinem Abschnitt, in deinem Leben, wo du jetzt gerade dich befindest. Was sind denn deine Ziele? Deine Ziele? Ich will jetzt nichts sagen. sag ich. Nein, ich hätte schon. Komm, die Leute wollen es hören, ich hätte schon gerne die 100.000 Abonnenten zum Ende des Jahres. Ja, und alles danach ist, für mich, ist on top. Echt jetzt? Alles danach ist, danke schön. Achso, vielleicht habe ich die Ziele zu niedrig gesteckt. Nein, hast du nicht, das ist alles gut. Aber es ist einfach wirklich, es ist halt auch einfach diese Zahl und weil ich auch weiß, mit mehr Relevanz, das habe ich auch schon mal gesagt, mit mehr Relevanz kriegst du auch andere Gäste und so weiter. Und das, weißt du, dieses Spiel, da gehöre ich einfach auch dazu, dass ich erkenne die Regeln, in dieses Spielfelds quasi irgendwie ein bisschen an. Und ich glaube auch, dass es cool ist, dass da so viele neue Player auf den Markt kommen, so viele Medienmacher mit kleinen, großen, mittleren Podcasts zu verschiedenen Themen. Und ich glaube, das ist gut. Das Einzige, was vielleicht noch passieren muss, ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und ganz ehrlich, ich sage das auch ein bisschen eben aus dieser marktradikalen Richtung, ja. Klar, die politische Einflussnahme, die ganze Propaganda, okay, ist alles richtig, aber ich komme da noch mal mit dem anderen Argument, das ist absolut wettbewerbsverzerrend. Ja? Ja. Es ist einfach Fakt und deswegen, wenn der weg ist, zumindest in dieser Ausprägung. Das ist deine Mission, eigentlich. Gar nicht so sehr, weil sonst würde ich noch viel mehr Anti-ÖR-Propaganda machen. Ja. Aber wenn der nicht mehr da wäre mit diesem unglaublich gigantischen Angebot, dann ist ja noch mehr Platz für andere. Voll. Muss man da, es ist eine einfache Rechnung. Das nur nicht aufkaufen lassen. Genau. Gibt es auch viele Kanäle, die dann auf einmal da reinkommen. Da werden wir dann mal drüber nachdenken. Ach so, dann drüber. Also das Ding ist, ich meine, gut, ich meine als Kapitalist, wenn ein gutes Angebot kommt und ich immer noch weiterhin das so machen kann, wie ich will. Das ist nicht manke. Das sagen dir alle. Sobald du jemanden drin hast, ist er drinne. Du wirst es wissen, ne? Ja, ich weiß, natürlich. Es gibt immer Interessen, die dann vielleicht dazukommen. Das ist wie eine Beziehung. Wenn du allein bist, das sind deine Interessen und dann gibt es eine Beziehung und dann gibt es Kompromisse. Ja, klar. Oder kannst du mal das sagen und dann ist es vielleicht das Thema nicht, aber dann kommt ein neues Thema und das ist auf einmal doch ein Problem. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Sponsor von meinem Kanal und das ist jetzt quasi, das erwähne ich jetzt einfach so. Also muss ich gar nicht machen, aber der zum Beispiel redet mir nicht rein von Hörner, also der André Hörner. Der kennt meinen Kanal, der findet meine Inhalte. Was macht der genau? Der macht ja diese Stifte, diese wunderschönen Stifte. Okay. Und was, wenn irgendwann mal die Propaganda kommt, Plastik macht uns alle Menschen kaputt und was auch immer und dann kommt vielleicht ein komplettes Thema. Aber das ist ja nicht aus Plastik, das ist ja das Schöne. Ach so, super. Halt mal. Der fühlt sich echt gut an. Ja. Komm ich so rein? Wollte nicht. Kannst du bestellen mit meinem Link, könnt ihr auch machen. Rafat, Jasmin, zehn Prozent. Das fühlt sich jetzt wirklich gut an. Ich weiß. Das ist super Qualitätsumt. Ich dachte, das ist so ein leichter Stift. Nein, das ist schön. Das ist richtig schön. Okay. Es ist witzig. Diese Werbung ist jetzt quasi umsonst für die Hörner Group aus Dresden. Habe ich jetzt gerne gemacht. Liebe Grüße auf alle Fälle. Ich wollte nur dazu sagen, also es geht auch so, aber ich glaube, es funktioniert, weil er eben meine Inhalte kennt und genau das unterstützt. Voll. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also es geht. Genau. Aber was ich meine, vielleicht kommt irgendwann mal ein Punkt, was irgendwelche Stoffe beinhaltet, die hier drin sind, wo es auch immer ein Thema ist. Ach so. Wo es irgendwann mal dazu kommen kann. Das meinte ich nur. Und sobald du jemanden drin hast, kann potenziell ein Thema kommen. Mach ich mit, ich lasse los. Ja. Ich lasse los und lasse es auf mich zukommen. Genau. Und damit sage ich Dankeschön. Ich habe zu danken. Danke, dass ich da sind. Deine Musik kann man auf Spotify hören. Man kann dir auch auf YouTube folgen. Man kann dir auch auf Instagram folgen. TikTok. Auch auf TikTok? Okay, wow. Ja, das musst du heutzutage machen, das Spiel, als Künstler. Ja, stimmt. Auf TikTok kann man dir auch folgen. Man kann dich buchen. Ja. FK Duo. FK Duo. Für Veranstaltungen, Hochzeiten, Partys. Ich verlinke mal einfach alles unten in die Beschreibung. Mich kann man auch buchen. Also es gibt ja, ich bin ja zwei Persönlichkeiten. Ach so, die kann man auch einzeln buchen. Und dann gibt es Events, die ich auch in der Musik lege. Ich verlinke alles unten, vielleicht hat jemand Bock drauf und ich sage Dankeschön. Ich sage Danke. Loslassen. Ja. Ciao. 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 Ciao.